Guten Tag Freunde, ich bin Frau Kaya, das ist Fritz und heute ist der letzte Volkslied Freitag für das Schuljahr. Wir leben jetzt in einer unsicheren Zeit und es gibt den Moment, es scheint mir manchmal nicht so viel Frieden und Hoffnung. So, ich wollte heute ein Lied über Frieden und Hoffnung singen. Dieses Lied habe ich in Deutschland und Österreich in der Kirche gelernt und gesungen, aber es ist nicht ein religiöses Lied. Es ist ein Lied über Liebe und Frieden und Hoffnung und es heißt, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wiesen Gärten macht. Wo ein Mensch den Anden sieht, nicht nur sich und seine Welt. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wiesen Gärten macht. Dankeschön und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.